Im Mondstützpunkt von S.H.I.E.R.D. gibt es Geheimnisse, die für die Erde zu gefährlich sind. Spider-Man, stets zu Diensten. Es geht los. Ich bin Garoote. Schluss mit den Spielchen. Drei, Zwei, Eins. Hör nur. Wer ist hier der Party-Crasher? Also, wo soll das ablaufen? War ich diesen Moment in Erinnerung? Nicht fair. Ich glaub nicht, dass dein Name in meinem Kalender stand. Ich fängst los. Hoffentlich werden wir keine Putzung für die Schmiede. Vorsicht! Ich muss auf den Weg zu werden und den Hork rauslassen. Diese Spende ist gar nicht so winzig, was? Ah, also doch was Persönliches. Laufgaben. Ich muss mir die Laune nicht mehr werben. Ja! Da, hast du es! Dann, oder? So? Ich ich bin Garz. Irgendwann. Ich hab's muss mir rüberkacht. Hey, es ist nicht, dass du mir was angekommen hast. Minerman, hier ist ein kleines Geschenk zur Erinnerung an mich. Hey, lass das. Ich erzähle dich deiner Mauer. Der hier ist nur für dich. Der hier ist gar nicht so winzig, was? Jetzt komm schon. Sonderlieferung! Nimm das! Sonderlieferung! Ich bin viel schneller als ich aussehe. Und ich sehe ziemlich schnell. Was hast du zu bedrückt? Was ist denn? Was ist denn? Glaub, glaub. Jemals raus. Was? Du hast den Stier bei den Hörnern gepackt. Nur dass er in diesem Fall eine Schöne ist. Himm dir kurz Zeit aus deiner beiden Niederlage. Knockout! Uh, das hat mir gefallen. Das ist ja eine nette Begrüßung. Willst du nochmal darüber nachdenken, ob du dich mit mir anlegen willst? Hast du zu, hier auszunehmen? Der hier ist nur für dich. Knockout! Spider-Man triumphiert! Ha, ha, ha! Und die Menge tot! Dieser Betriebshof, einst ein Zentrum der ansässigen Industrie, hat schon bessere Tage gesehen. Woo, yeah! Spider-Man, stets zu Diensten. Mann, hier wimmelt es nur so von Spinnern. Woo, ho, 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 ho! Mit Grüßen von Stark Industries. Der König ist zurückgekehrt. Drei, zwei, eins. Hey! Lass es nicht, dass du mir das angetan hast. Spider-Man! Black Panther wird dich das büsten lassen. Ich bin ein König! Das ist doch was Persönliches. Der hier ist nur für dich! Wer ist hier der Party-Crasher? Willst du nochmal darüber nachdenken, ob du dich mit mir anlegen willst? Knockout! Nichts hält mich auf! Mach das nicht nochmal in deinem eigenen Fessel. Du müsstest es besser wissen. Hey, lass das! Das erzähl ich deiner Macht. Du fragst es, deine König anzugreifen? Zurück, mieser Schurkel! Willst du nochmal darüber nachdenken, ob du dich mit mir anlegen willst? Die Böbel im Zauber eines Königs! Bastard! Diese Spinne ist gar nicht so winzig, was? Du müsstest es besser wissen. Der hier ist nur für dich! Knockout! Du verlangst nach einer Prügelei! Verstände Konzert aus deiner feiligen Niederlage zu lernen! Entsetzt! Der hier ist nur für dich! Hey! Hey! Niemand legt sich bei Spider-Man an! Und die Menge tobt! Knockout! Wird in der Lehre sein! Spider-Man landet den entscheidenden Schuss! Und die Menge tobt! Ultron, die überlegene Verkörperung des Bösen. Gebt erst Ruhe, wenn er sein Ziel erreicht hat. Spider-Man, stets zu diensten! Jegliche Unvollkommenheit muss vernichtet werden! Zeig's den bösen Jungs! Vision kehrt zurück! Wer war das? Du wirst von meiner Macht einklingen. Ohne meinen Schwimmensinn hätte das vielleicht echt wehgetan. Hey, das war's! Nur etwas, um dich in die Realität zurückzuholen. Hey, lass das! Zähle ich deiner Marm! Ja! Du hast den Stier bei den Hörnern gepackt! Oder ist er in diesem Fall eine Spinne? Fehler! Reden vorm, greif an! Attacke! Mästerlich! Möchtest du's nochmal versuchen? Ich werde dich eliminieren! Manchmal haben kleine Dinge eine große Wirkung. Feindlicher Anspruch! Ich werde deine Handlungen nicht tolerieren! Abträgen! Ich wette, damit hast du nicht gerechnet! Du verneidst mich! Mach dich bereit, ausverlöscht zu werden! Ja, das wird gerade dein Schicksal besiegelt! Der hier ist nur für dich! Ich hoffe, du hast deine Liste mit schlechten Entscheidungen im Griff bereit. Denn es kommt noch eine dazu. Sieh da auf, wenn du weißt, was gut für dich ist! Ja, nee! Ja! Nein! Ja! Du bist auch nicht besser als diese ekelhaften Menschen! Versuch's nochmal! Ich fordere dich heraus! Knockout! Wird in der Lehre sein! Initiiere Knockout-Modus! Ja! Ja! Deine Dreistigkeit stört meine Prozesse! Du hast den Stier bei den Hörnern gepackt! Nur, dass er in diesem Fall eine Spinne ist! Hey! Fass es nicht, dass du mir was angetan hast! Spider-Man! Da hast du es! Ich greif den Feind an! Diesen Angriff verzeihe ich dir nicht! Niemand legt sich mit Spider-Man an! Da kannst du jeden fragen! Okay! Knockout! Das ist ja eine nette Begrüßung! Der hier ist nur für dich! Ich billige deine Handlungen nicht! Nimm dir kurz Zeit, aus deiner weinigen Niederlage zu lernen! Bedroh mich nicht, feindlicher Organismus! Du hast dir die falsche Seite dieses Krieges ausgesucht! Lebensform! Welche Motive hast du, die deine Handlungen erklären? Spiderman landet den entscheidenden Schuss! Und die Menge tobt! Die souveräne Nation Wakanda, das Zuhause von Black Panther Hey, was schwingt? Das ist meine Spezialität! Agent Rommanoff hier! Vision kehrt zurück! 3, 2, 1 Deine Handlungen werden ernste Konsequenzen haben! Du hast den Stuhl in den Hörnern gepackt! Oder ist er in diesem Fall eine Spinne? Komm schon! Niemand legt sich mit Spider-Man an! Du willst du jedenfalls! Also, so soll das ablaufen? Das wirst du bereuen! Da hast du es! Ich billige deine Handlungen nicht! Ich bin viel schneller als ich aussiehe! Und ich sehe ziemlich schwer aus! Ja! Das wirst du mir büßen! Lieber auf, wenn du weißt, was gut für dich ist! Hurra! Diese Spinne ist gar nicht so winzig! Was? Du hast dir die falsche Seite dieses Krieges ausgesucht! Lebensform! Mach das nicht nochmal in deinem eigenen Interesse! Der hier ist nur für dich! Weiß nicht, was stirbt! Prozesse! Ich hoffe, du hast deine Liste mit den besten Entscheidungen greiftbereit! Denn es kommt noch eine dazu! Deine Handlungen werden ernste Konsequenzen haben! Feindlicher Ansatz! Du bist ja eine nette Beine! Ich greif den Feind an! Niemand legt sich mit Spider-Man an! Das kann man zu jedem Fragen! Du hast dir die falsche Seite dieses Krieges ausgesucht! Lebensform! Komm, willst du nochmal darüber nachdenken, ob du dich mit mir anlegen willst? Knockout! Ich liebe solche Tage! Ja, das hat gerade dein Schicksal besiegelt! Vorsicht! Ich könnte sonst wütend werden und den Horkhaus lassen! Abtreten! Zeig dich! Ja! Wurde mal rein! Oh, das war mir echt zu nah, Kumpel! Knockout! Stell dich nächstes Mal weiter links hin! Niemand legt sich mit Spider-Man an! Da kannst du jeden fragen! Hey, Master! Was erzähl ich einer Mom? Du hast den Stier bei den Hörnern gepackt! Nur, dass er in diesem Fall eine Spinne ist! Versuch's nochmal! Ich fordere dich heraus! Das ist eine Katastrophe! Spider-Man hat es geschafft! Und die Menge tobt!